In meiner ärztlichen Praxis häufen sich seit vielen Jahren die Fälle von Burnout. Das heißt, Menschen leiden unter Konzentrationsstörungen, unter Antriebslosigkeit, unter Kraftlosigkeit, Erschöpfung. Sie sind tagsüber müde, können nachts nicht schlafen. Und die Schulmedizin hat hier so gar nichts, was man so einem Patienten geben kann. Auf meinen Reisen durch die verschiedenen Erdteile bin ich auf Substanzen gestoßen, die in anderen Kulturen seit vielen Jahrtausenden angewendet werden, um solche Erschöpfungszustände zu behandeln. Im Mittelpunkt steht dabei die Wurzel Ashwagandha aus Indien, aus der Ayurveda-Medizin, die Maka-Wurzel aus Mexiko, der Ginseng aus China, Tragantwurzel, der sogenannte Astragalus, dann natürlich auch Kurkuma, Ingwer oder die Tigerwurzel Eleuterococcus, alles Heilwurzeln, die aus unterschiedlichen Teilen unseres Planeten kommen und in der Lage sind, unsere Tatkraft zu stärken. Dieses Präparat sollte über einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen mindestens eingenommen werden. Die Einnahmemenge richtet sich nach Körpergröße, Körpergewicht und dem individuellen Empfinden und kann zwischen zwei und vier Kapseln pro Tag schwanken. Es eignet sich besonders bei allen Formen von Schwächezuständen, auch nach Operationen, nach Schwangerschaften, nach schweren Erkältungen, aber auch zur Potenzsteigerung, überhaupt zur allgemeinen Kräftigung. iva Semも Spiller 6. Es ist die Machina不錯. Es ist die Möglichkeit, die Polarwelt zurückfedogenic ist mit meinem Kommer in die craqua. 1